Kneißl, die heute in Frankreich lebt, schrieb auf Twitter, sie habe dem Konzern bereits im März mitgeteilt, nach dem Auslaufen ihres einjährigen Mandats nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Am Freitag war bekannt geworden, dass der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder ein persönlicher Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Posten als Aufsichtsratschef von Rosenheft verlässt. Ehemalige europäische Politiker, die für russische Unternehmen tätig sind, waren zuletzt unter immer stärkeren Druck geraten, ihre Mandate aufzugeben. Es ist das erste Mal, dass Sanktionen von der EU gegen eigene Bürger verhängt werden sollen. Allerdings ist das Votum des Parlaments für die EU-Staaten nicht bindend. Die Entscheidung hierfür liegt bei den Mitgliedsländern. Allerdings erhöht das Votum den Druck auf die zuständige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den Außenbeauftragten Josep Borrell, einen Vorschlag für die Aufnahme Kneißls und Schröders auf die EU-Sanktionsliste vorzulegen. Der Deutsche Bundestag reagierte indessen bereits mit eigenen Sanktionen und entzog Gerhard Schröder einen Teil seiner Sonderrechte als ehemaliger deutscher Kanzler. Was Karin Kneißl nun bevorsteht, wird sich weisen. Fest steht, dass sofern sie tatsächlich auf die Sanktionsliste kommt und diese angenommen wird, Vermögenswerte der Politikerin, die sich bereits selbst als politischen Flüchtling bezeichnete, eingefroren werden könnten.